Ja, aber ich hatte es tatsächlich schon immer mehr mit Zahlen als mit Sprache. Das war echt mies, True Darkness. Das war richtig mies. Der war gut platziert. Danke, True Darkness, das war sehr gut. Das war jetzt wirklich 1-0 für den Chat. Ich habe es ja nicht gehört, aber ich habe es im Chat gesehen. Ich dachte mir so, ja.